Ihre Sternstunde des Fußballs? Mein erster selbstgehaltener Elfmeter. Ihr Fußballheld? Manni Kals. Wer wird Europameister und warum? Natürlich Deutschland, weil nicht sein kann, was nicht sein darf und weil ich mich darüber freuen würde. Wer darf auf keinen Fall Europameister werden und warum? Österreich, weil die uns das, glaube ich, jahrzehntelang vorhalten würden. Wenn sie Bundestrainer wären, würden sie was machen? Ich glaube, ich würde dafür sorgen, dass es keine Pressekonferenzen nach Spielen mehr gibt.